Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Fragmented mit Buddy. Mahlzeit zusammen. So, Buddy wollte nun doch nicht leveln. Also machen wir jetzt mal schnell Muni für den Clan und dann das levelt ja automatisch eh. Und dann klatschen wir jetzt noch ein paar Lager weg. Genau, Pistole, Silikon, Scheiße, Munition hier, Mannes. Wenn du was brauchst hier, Calibriter oder so, hab ich noch, wa? Ah, warte mal, ich brauch da ein Lagerfeuer, Härt oder Schmied. Komm doch schnell her, wir sind ja eh in der Nähe von der Base. Brauchst ja nicht extra was setzen jetzt. Den, den, den. Ah, die Forge sieht schon nice aus. Munion. Entschuldigung, Schmiede meine ich. 450, 500, 400, 500. Oh, du hast verschweigen gelassen hab, kannst du überfällen, wenn du willst. Munition. Munition gewesen, ich hab jetzt tausend Munition drin, das müsste erstmal ne Weile reichen. Ähm, na, was hab ich denn jetzt aufgenommen eigentlich? Weil er hat gar nichts dazu gezählt. Munition hast du aufgenommen. Köln. Köln. Hm. Na gut. Ja, passt schon. Los jetzt. Logos. Oh. Trinken? Achso, ich müsste jetzt sechs drücken. Haha. Hm, bei mir liegt's auf der 5. Ja, da hab ich, da hab ich normalerweise, der Waffe. Eigentlich. Oh. Ähm. Was denn? Ja, da waren ein paar Hunde rechts. Ja und? Die stehen da bis da. Mhm. Wollen wir gleich auf der anderen Seite lang gehen oder willst du über den Fluss? So, du könntest gleich auf der anderen Seite lang, hä? Weil so wie es in gewissen Alpha Games manchmal ist, könnt ihr ja unter Wasser normal sich bewegen. Nur wir nicht. Ah, die Ausdauer ist schon heftig hier. Muss ich mal feststellen. Ich geh schwimmen ne Runde. Genau, geh mal schwimmen. Sieben ist fressen. Ach doch, also die Lunge nimmt ab. Also ertrinken tut man bestimmt irgendwann. Vor Sauerstoffmangel bestimmt. Ja. Aber wie taucht man jetzt wieder auf? War das nicht mit Kuh oder mit E war das? Da oben? Mit der Maus. Nee, mit E kannst du hoch und runter. Was denn? Innen ist nicht länger kalt. Was länger kalt. Okay. Ah, guck mal, da vorne ist schon einer. Ha! Ja, ich will kurz auf. Da sind zwei sind das. Ach da, den hab ich gar nicht gesehen. Level sieben und der andere ist... Level 15. Level 15. Komm, knall ab. Hol dir die Punkte. Genau. Genau. Hier. Hier, hier, hier. Du rennst dann eben vorbei. Hier. Hier, hier, hier. Du rennst dann eben vorbei. Da vorne ist noch einer drauf. Ja, ja. Passt schön. Lass ihn kommen. Jetzt er. Nimm dann wieder nach. Level sieben. Er hat auch Level sieben. Willst du dir denn nicht häuten? bei mir liegt ja die ganze zeit hier ja wie gesagt also nach wenn wir mit den aufnahmen wenn wir mit aufnehmen fertig sind muss ich glaube ich mache meinen rechner neu starten dann wird in der letzten folge schon ein bisschen rumgepackt also was jetzt rumgepackt aber rumgespackt vom ton her wie sieht es aus mit einem level gut okay so du musst dann ja eh verfeinern skill ne hoffentlich reichen die punkte dann auch da vorne sind auch hier guck mal ganzes dorf mehr als genug und da haben wir ja aber du kannst du nicht zu weit weg weil sonst rennt die weg wenn du die an schießt du musst schon eine gewisse distanz anders die auf dich auf zu gerannt kommen sonst rennen die nur weg menschenskinder bleibt aber stehen ach verdammt jetzt hab ich geschlafen level 10 level 17 ja der level 17er das braune vieh drauf auf das ding also links ja ich zieh es auf mich drauf du knallst ab mit dem punkte kriegst das ist doch unfassbar jetzt habe ich einen richtig lange getroffen oben am berg liegt einer wo bist du eigentlich ach da oben oben am berg liegt einer wo ja ich glaube der häuptling das ist doch so ein vieh wo du die axt von ihm hattest das ist wieder so ein 3 und 3 ist schon achtung einfach mal in die masse reinschießen ja ja das ist denn das für ein vieh ja mit den 6 schuss ist es mir gerade günstiger Er war weg. Achtung, Häuptling. Wo sind jetzt die Häuptlinge da? Was ist das Häuptlingsschweinevieh? Achtung, Achtung, Achtung. Wie sollte meine jetzt die Waffe gewechselt? Das ist ja auch nicht nice. Hasten? Hier, hol dir mal die Häuptlinge. Ich lenke den ab hier. Naja. Achtung, letzter Hit. Digga, letzter Hit. Hol'n dir. Ja. Sauber. Müsste gereicht haben jetzt, oder? Ja, ich denke mal schon. Ah, ich bin voll! Was? Scharfe Axt? Achso, na gut. Na, hast du doch schon. Wie er gleich schreit. Könnt' ich auch mal meine Axt wegschmeißen. Dann nehm' ich die Scharf-Axt. Hehehe. Hä? Die sieht gut aus. Das ist meine Axt. Ähm, ja. So. Hast du gelevelt? Äh, jo. Äh, mal gucken wir mal. Was wollten wir machen? Verfeinern. Verfeinern. So, sehr schön. Hammer. Da kann man ja wieder erstmal zurückgehen. Bis jetzt. Bis jetzt Level 5 und kannst jetzt das Tement machen. Ja. Wann' wir sehen, ja? Juhu. Ich find' die kleine Waffe irgendwie trotzdem cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dass wir wenigstens noch das Haus die Folge geschissen kriegen, ja? Das wär' ja schonmal was. Das wär' ja schonmal richtig nice. Muss ich das wenigstens hinkriegen. Achso, ich hab' übrigens auch wieder 15 Fleisch eingesammelt nebenbei. Naja. Das ist ja was ich zu tun hast. Juhu. Juhu. Genau, die Folge, äh, das Haus in der nächsten Folge machen. Ist ja kein Problem. Ja, dann musst du das erstmal gucken, ob ich dann alles hab. Waaah, die Ausdauer. Und da klatscht er wieder was. Und da klatscht er wieder was. Und da klatscht er wieder was. Na, 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 na. Ach, der ist schon kaputt, hm? Warum lootest du die eigentlich nicht? Naja... Oh Mann, Mann, ich spawn da eh wieder die Viecher Ja, ich meine, was man hat, hat man nur Ja, hm, ich bin voll, voller am vollsten, also... Ja, sehr gut So, wo bist du denn? Was ist hinter mir? Ja, ich bin hinter dir, eigentlich, so gut wie möglich Ich bin ja schon an der Base Hab ich schon gesehen Noch länger nachladen würde ich an deiner Stelle Mann, Mann, Mann Mann, Mann, Mann Das Fleisch hier rein Das Lagerfleisch haben wir auch hier rein Jetzt gucken wir mal Na, gucken wir auch noch dem Zement Hey, was auf So, wir machen das in der nächsten Folge Willst du erstmal hochkommen? Achso, bist du schon hier? Ich bin schon da Ja Mein kleiner So So Ich sag da erstmal Vielen Dank fürs Zuschauen Und Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat Kommentar Like oder Abo He Und ansonsten Bis später Bis dann Ciao, ciao 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 Ciao